Wir befinden uns hier im Hofbergarten Kickeberg, im Rosengarten und beim Gasthaus von Kickeberg. Dieser Hofbergarten besteht jetzt seit dem 4. Juli 2010 und ich freue mich sehr, sehr gut angenommen worden und vor allem von Familien und dem naheliegenden Umfeld und auch schon von der einen oder anderen Schulklasse. Nun sieht man ja hier nicht nur sehr viele Kinder, sondern auch sehr viele Erwachsene. Das scheinen ja hauptsächlich Familien zu sein, die hierher kommen. Es ist natürlich so, dass jeder hier auf seine eigene Art und Weise seinen Spaß empfindet. Das heißt, wenn jetzt eine Familie hier klettert, dann hat die Mutter oder der Vater genauso wie die Kinder ihren eigenen Anspruch, ihre eigenen Grenzen selber zu überwinden. Das ist ja nicht so wie beispielsweise, wenn man mit seinen Kindern ins Kino geht, dann schaut man sich ganz sicher einen Film an, der vielleicht auch ganz lustig ist, aber es ist nicht der Film, den man sich mit seinem Partner alleine ohne die Kinder angesehen hätte. Und so ist das hier halt eine recht sportliche Geschichte für alle. Die Zielsetzung ist es natürlich, dass in den Wochen, also in den normalen Wochentagen, sehr viele Schulklassen hier. So, gleich nur noch die Rolle, den Karabiner hinterhängen und losfahren. Die Fahrt eben an der Seilbahn, wie war das? Genial. Ja? Es gibt nichts Besseres. Also es ist richtig schön. Macht einfach Spaß. Ist wahnsinnig. Ich sag mal, wo hat man so eine Seilbahn? Und das ist wie fliegen. Klasse.